Guckt euch doch mal an, es ist doch Müll, es ist doch Betrug. Dieses ganze Spiel basiert auf Betrug. Jeder wird beschissen in diesem... Alles klar! So, Kitchen. Boah! Was für ein Flickshot, Alter! Das ist der Schuss, Alter, sauber. Ich hoffe, du stirbst an Fallschaden in der Hölle, Alter. Nee, nee, nee! Hahaha! Verzettet, die gelegte da. Boah! Der hat gar keinen Bock mehr, Alter. Der Deenste, dude. Wtf, nice shot! Hihihi! Puh! Was ist hier los, Alter? Dann ist der hässlich, ja. Coco ist die Einzige mit einem cleanen Gesicht. Was das dazu bedeuten hat? Ja, ich weiß, ich habe immer gute Reinigungen. Klerasil! Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber ich lass das leben. Call it, call it, call it, call it, call it, call it. Ich habe auch vor dem Bus, über den Bus driver erklärt. Ein bisschen Eiweiß in die Sichtseite. Ich weiß doch, was gegen Halsschmerzen hilft, ey. Kann ich Marvin auch was im Eiweiß tragen? Nein! Wtf is going on? Coco, re-la-f, dude! Ich bin... 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 Ich bin...